Du willst abnehmen, deinen Körper straffen und dich in Topform bringen? Dann fang jetzt damit an! Mit Mary Helen Bowers, Natalie Portmans Trainerin für Black Swan, bekommst du die Form deines Lebens. Eine tolle Übung für Arme, Rücken und eine wunderbare Haltung. Die Stars schwören auf die Ballettmethode und du wirst sie auch lieben. Ballettintensiv strafft deinen Body. Dieses anspruchsvolle High-Impact-Training macht Spaß, treibt den Puls in die Höhe und warmt den Körper. Die besten Übungen für Bauch, Beine, Po machen dich so fit wie nie. Arme nicht vergessen, das beschleunigt den Puls. Mary Helen Bowers Ballettintensiv und die besten Ballettübungen für Bauch, Beine und Po. Jetzt auf DVD. Außerdem erhältlich die Ballettmethode und Ballettfit.